Musik Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Röhrbude. Willkommen zu einer neuen Folge Master Builders mit... 4 Ja, also eigentlich sollte der Lord Ecke noch dabei sein, der joint vielleicht nach, aber der kommt einfach nicht on. Wenn du nicht mehr onkommst und du das Video hier siehst... Fick dich! Sei dumm, Heiko. Nee. Du bist der dümmer, so dumm. Nee. Nee, nee, nee. Du spuckst überall einen Telefonanruf auf mit drauf. Oh, ein nice select. Vor allem meine Sprinttaste, der sollte man ja onkollen. Oh, bitte gutes Thema. Was? Herbst. Was? Malen vor allem. Ich mal auch immer in Master Builders. Besser als der Leander, der darf sich den ganzen Tag von mir anhören, dass er, wenn er im Mörder-Mörder ist, mal hinter sich gucken will. Aber vielleicht bin ich ja Detective und stehe hinter ihm. Na gut. Ich will das nicht. Das war kein Spaß. Ja, ich mach' ein Club. Ich mach' mal kurz. Einer sagt, ich soll zum Erklären, also nicht einfach übersetzen, was mache ich? Ja. Ich soll zum Erklären, also nicht einfach übersetzen, was mache ich? Ich hab das, ich hab das Schlechteste gebaut, das man bauen kann. Also ich hab ein paar jetzt kurz gemacht, jetzt mach ich ein bisschen weg. Digger, ich werd hier geschlagen. Von allen. Von allen mitmachen und allen Zuschauern. Alter, mal im Ernst. Ich sag das jetzt nicht mehr so, das könnte eine der schlechtesten Sachen sein, die ich hier in Master Builders gebaut hab. Ich bin nicht letzter, wenn alles gut läuft. Ich sag das jetzt nicht mehr so, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so. Ich weiß. Ich weiß. Was ist das? Was ist das? Weil das Ballungsdach... Das sieht aus wie ein Eis am Stiel verkrüppelt ist. Ich hab ein Bleeding gegeben. Ist das deins? Nein, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. In derannonce. Was ist das? Junge, ich hab gedacht. Ich hab's abgeschissen. Bullshit. Ich find's besser als das davor, das Wasser dahin. Joest du keine Felipe, aber kaolein des headphones. Ja? Das ist dekorativ. Ich hab meggegeben. Schienenberg. Ach, dann muss man einen Orson geben. Das ist deins, oder? Ja. So ist der in Drohne. Aber hinter das Handball. Danke. Geht man okay. Die Leute geben gut. Das ist auch mal ein guter Zeig. Ja, ich kann mir vorstellen bisher, dass du gewinnst. Der ist aber auch nicht schlecht. Nee, bei mir lag. Echt, du bist nur Mann. Ich bin nicht okay. Von mir ein gut, weil es das Beste bisher ist. Ja, auch nur das Beste. Kaugummilord, was sind hier eigentlich für Menschen in der Runde? Oh, Auswertung. Wer hat gewonnen? Ich glaube, der letzte Typ hat gewonnen. Ich will dritter sein. Ich bin dritter. Was? Als ob... Und ich bin dritter. Ich habe gesagt, ich will dritter sein und bin dritter. Als ob du gewonnen hast. Ich bin dritter, Mama. Hä? Ich bin auch untergefallen, weil sie einem D-Ecrypte oder wie man das sagen will. Ach, Regen. Was soll denn der Scheiß? Ich will nicht gerade ganz schön trägern, oder? Ja, wir kriegen nur Bullshit. Weißt du, bei mir regnet doch Lava. Scheißegal. Ich streng mich an. Ich habe eine Idee. Ja, auch. Ich mache auch Wolken. Wow. Ich habe eine andere Idee als nur Wolken. Oh, Sam. Was für Sam? Sam. Also... Ich set es fein, ich steig in dein Stück Scheiße. Ja, du meinst in das, was ich gerade baue? Ja. Ja, okay. Und das ist mein... Nur meine Wolke sieht jetzt schon richtig dufte aus. Wenn du... Wenn du etwas kaltes duftest, ist es nicht so duftend, wie das ich hier baue. Ziemlich duftender. Ich weiß. Ich weiß nicht, ich baue ein Haus in Wolken, weil ich es kann. Was? Hinterfrag es nicht. Ich mache Frau Holle, die Kokain vom Himmel schüttet. Oh, Mann, ey. Ja, okay. Mag ich vielleicht auch nicht. Vielleicht? Ja, aber cool. Ich fühle mich sehr, da gibt es sowas. Ich fühle mich sehr, da hat sich jemand schon mal eine Idee, genau das zu machen. Bei dem Thema nicht. Wenn, dann bei Schnee oder... Und zwar. So scheißegal. Ist ja alles dasselbe. Ja, genau. Regen und Schnee, kein Unverschneid. Übrigens, ich habe richtig viel Ruhe-Links-Gefühle. So schön wie Schneid. Geil. Ich habe einen Berg gebaut. Es sieht aus wie die Gießkanne. Boah, geil. Die fliegende Gießkanne, die sorgt für eine Regen. Das weiß man doch, wenn man Allgemeinbildung hat. Das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder, der mal die... Jeder, der mal die... Jeder, der mal die... Jeder, der mal die... Jeder, was mein Geografie ausgepasst hat. Weiß, dass es eine fliegende Gießkanne gibt. Hm. Geografie. Da kommen noch Biegen in die Wolke. Baken. Biegen, Baken. Biegen, Baken. Biegen, Baken, ja. Yeah, Baken. Bader, meinst du dir so in die Scheiße? Meine Bresse. Ich muss jetzt laufen. Oh nein, ich schreck nicht. Buh, geil. Biegen, Baken. Ich hatte so eine gute Idee. Was ist da draus geworden? Gut, zwar mit Schiff und Links-Kick kann man sich verlangsamen zu wissen. So, das kriegt ein okay, weil es gut ist. Die Idee ist super. Ist ja auch meins. Die Idee ist wirklich, hast du dir aus dem Felsor egal? Du bist halt ein Blitz, der in den Baum einschlägt. Oder in den Leander. Das kriegt ein okay für die Idee, die Idee ist nicht schlecht. Und dann gebe ich doch nicht mehr, weil die Wolke fällt. Ich hätte einen Blitz machen müssen, der in den Leander einschlägt. Das wäre besser gewesen. Dann hätte ich von jedem Awesome bekommen. Auf jeden Fall. Ein Regenschirm mit Regen drüber. Es ist okay, es ist okay, es ist okay. Es ist eher flammig zu bauen, aber es ist okay. Ja, es ist aber auch okay. Meintest du vielleicht das Wetter noch auf Regen ändern können? In dem Fall. Kann man das Wetter noch Regen ändern? Ja. Beim Diamant auf Weather. Oh, das ist als Standard. Ich geb, ich geb'n, hä? Was soll das darstellen? Wenn du, ich geb'n, wie ein Loll. Auch. Ich bin auch der Himmeltast überhaupt nicht. Okay, das ist dein. Ja, die ist das mal. Geh mal rein, der gibt's nicht zu machen. Hab ich, bin ich schon. Du wirst, du wirst. Ich geb'n okay, weil... Es ist innovativ! Hä? Hä? Kann sein, dass ich gerade entweder wachsache bei mir gerade ein bisschen, oder ich habe die übelste Range. Oder ich schätze das einfach falsch ein. Ich mache eine Geflüte aus 20 Blöcken entfernt und kaputt. Das ist das Schlechteste. Das hier ist das Schlechteste, finde ich. Dann werde ich uns nicht vergessen. Dann werde ich uns die Letzte. Korrigiere, das ist das Schlechteste. Jupp, da wollte ich dir wirklich jemandem keine Mühe geben. Da platzt sie einfach ein paar Regenpazikel. Ich verstecke mich. Haha, der sieht uns da ruhig an. Kass 1 am Wurzel. Das liegt, ne, weil sie viel ist. Die Idee ist gut, die Umsetzung ist scheiße, wie bei meines Anwaltes. Ich werde nicht nass, ich bin schlau. Oh mein Gott, wie viel was ist? Oh mein Gott, wie ist der Typ, der das gebaut hat? Wenn der Himmel anders wäre, hätte es vielleicht so einen Gut gegeben. Ich finde, das ist eines der besten. Ernsthaft, wie die Christelle? Was? Das sind Backsteine. Der Kaugummi-Lord. Oh mein Gott, das ist der Kaugummi-Lord. Das ist für dich. Das, das, die Christen gibt's gut. Echt? Ich finde das viel zu sim. Diesen Wolke. Das ist Blitz. Wolken zusammen machen, ist gar nicht mal so einfach. Ich gehe, mh, okay. Ich finde, das ist viel zu sim. Das ist mal Blitzwetter. Blitzwetter hatte ich auch, das hat man nur nicht gesehen, weil die Tageszeit sich nicht umgestellt hat, obwohl ich's gemacht hab. Äh, äh. Der hat gewonnen, ich bin Dritter wieder. Habe ich nichts gegen. Ich bin nicht letzter. Also kaum wieder letzter. Ah, schade, drei Punkte mehr und ich werde zweiter. Eine Runde passt noch in den Pass, dann ab geht's. Sieht wirklich gut aus. Wie haben wir dann das gewonnen, um zu bauen? Astronaut. Warum ist bei mir automatisch Regenwetter? Das kann ja nicht sein, wir kriegen nur Bullshit. Das Thema find ich eigentlich ganz cool. Ich hasse nur was, sehr. Bei mir wird's halt wie scheiße aussehen. Und wenn's das selbe, so mag ich das Thema ja nicht. Also ich find das Thema nur, weil's bei mir wie scheiße aussehen wird, nicht schnell. Ich schon. Ich will mich nur noch mal versichern, dass du nicht komplett durchdurchschnitteln musst. Das bin ich trotzdem. Das stimmt. Dankeschön. Das stimmt. Das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin immer dritter, ich bin immer dritter, ich bin immer dritter. Ich bin immer dritter geworden, einfach in dieser Aufnahme, läuft bei mir. Nein, ich war immer erster. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.